Mahlzeiten, meine aktive Meerwasserfreunde und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Sonntagsvlog. Heute wieder mittags, habe ich euch gestern schon angedroht. Wir hatten gestern wieder Livestream-Tag, meine Lieben. Und wer es noch nicht gesehen hat, hier oben haue ich es mal in die Ecke rein. Verlinke ich euch mal, ihr könnt sich den nochmal angucken. Ich glaube, war ein netter Meerwasser-Talk gewesen. War mal sehr interessant. Ich glaube, auch das Format ist hoffentlich sehr gut angekommen bei euch. Weil, ich denke mal, es ist eine sehr interessante Sache, wenn sich halt zwei Leute auch mit unterschiedlichen Meinungen über Dinge unterhalten. So wie wir es gestern mal versucht haben, so für die Einsteiger. Was würde ich halt kaufen heutzutage? Was würde ich mir auswählen? Und ja, ich denke mal, wie gesagt, es ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Ja, Freunde, ich habe mir erst mal hier das Beste gemacht. Lecker Rührei darf nicht fehlen, meine Lieben. Und ich würde sagen, ich weiß, ihr wollt einmal in die Becken reinschauen. Und das machen wir mal. Wir gucken jetzt erst mal, was unser lieber Fridolin so macht. Ja, Freunde, Fridolin, der Gute, sitzt hier auch schon in der Ecke und wartet auf sein morgendliches Leckerchen. Der kriegt jetzt gleich eine feine, feine Garnele. Ist er nicht ein süßes Kerlchen? Ach, ich finde den so süß. Das Kallax Reef kriegt er natürlich auch zu sehen. Ja, ansonsten, Freunde, der Kallax Reef ist auch alles kerngesund. Ihr seht, die Zoas wachsen hier alle schon über die Halter drüber. Sind alle schön zusammengewachsen. Ich bin mir hier gerade was am zusammenbasteln. Weil da kommt ja noch das ZOA-Projekt, meine Lieben. Ja, ansonsten, auch hier alles. Die Pudding-Teilchen gehen so langsam auf. Also der Tim konnte es gestern gar nicht glauben, wie groß die sind. Der hat gesagt, so alter Verwalter, das gibt es doch gar nicht. Ich meine, ihr seht mal, das ist hier unten, seht ihr mal als Vergleich, der, der den hat, den 9004 DC. Den Tunze-Abschäumer hier. Da könnt ihr halt mal den Vergleich sehen, unten der Fuß des Tunze-Abschäumers. Und er ist ja gute 10 cm, ist der breit. Und ja, also die Dinger sind hier wirklich so im Durchmesser 40 cm locker. Ja, ansonsten, bei Ovenkis geht es auch hier sehr, sehr gut. Auch die restlichen Korallen hier, da habe ich gerade gesehen, eine riesen Glasrose, da muss ich mich schon drum kümmern. Hier meine schöne Plastemuser, die schwarze ist leider ein bisschen weggewandert. Ja, und hier seht ihr auch, könnt ihr die sehen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich gucke mal, ob ich sie kriege, doch da, da schwimmen sie, seht ihr die, die ganzen Garnelen da. Die sind hier alle irgendwie aus der Kiste abgehauen. Und die kleinen sind wahrscheinlich irgendwie durch den Filter da durch. Da kommt auch wieder eine. Ja, die wollen jetzt auch Leckerchen haben, die kriegen jetzt gleich auch schönen Fütterchen. Ja, die machen sich hier ganz gut im Kallax Reef. Das sage ich jetzt einfach mal. Da unten ist mein geiler blauer Schwamm, der lebt auch noch. Ja, also Kallax Reef, auch alles gut hier. Alles wunderbar. Und wie soll das auch anders sein, auch das SPS Reef. So, soll ja auch nicht fehlen. SPS Reef bekommt ihr natürlich auch noch zu sehen. So, ich habe jetzt mal die ganzen Muscheln hier mal aufgereiht. Die dicke Mami habe ich da in die Mitte reingelegt. Da fühlt es sich, glaube ich, ganz wohl, weil da kriegt die volle Granate Licht. Ja, von oben, jetzt wollte ich euch das mal zeigen. Wie schön das von oben und vor allen Dingen die Farbunterschiede. Der Muscheln, ja, wenn ihr die durchs Glas, dann halt eben durch die Oberfläche. Da muss ich mal eben hier die Strömung ausmachen. So, dann können wir es mal von oben hier sehen. Na, also da haben wir die schöne Gigas, die Derasa. Dann haben wir da die Hippo Hippo. Da seht ihr schön die Hippo Hippo. Da nochmal schön die Derasa. Und da haben wir die gute Gigas. Ja, die Big Mama haben wir hier in der Mitte, habe ich sie jetzt mal reingepackt. Ja, da haben wir, wie gesagt, die Big Mama. Dann haben wir da noch die Maxima. Haben wir auch noch eine. Ja, ich werde heute mal gucken, dass ich heute die Neuankömmlinge hier alle noch verbauen werde. So ist heute mein Plan. Ach übrigens, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Ich hatte ja den Zoas Schnipsel, der hing ja irgendwo in einem Seeigel. Drei Polypen hatte er. Nun hat er fünf. Anna ist jetzt gerade zugegangen, dummerweise. Aber ihr seht den ja. Ja, die hat jetzt, wie gesagt, fünf. Ja, heute ist ja wieder Sonntag. Heute wird hier wieder diese Schmuddelecke weggemacht. Das seht ihr immer. Das sammelt sich so in einer Woche an. Das sauge ich schon immer ab. Es ist echt der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, woher das immer kommt. Also ganz ehrlich, es ist unvorstellbar, wie sich da so viel Dreck ansammeln kann. Ich kann mir das echt nahezu gar nicht erklären, wo das Zeug immer herkommt. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier die Neuankömmlinge. Die werden jetzt heute alle mal hier verbaut. Ach, ist sie nicht auch wunderschön, die Gigas? Und mal so als kleinen Tipp. Es kommt ja noch ein Coral Talk über Muscheln. Und da seht ihr mal, so muss die Einsaugöffnung aussehen. Ja, genau so muss sie aussehen. Ihr seht das auch bei der Großen da unten. Da seht ihr das. Ja, Einsaugöffnung fast geschlossen. Bei der Derasa dasselbe Spiel. Hier bei der Maxima halt auch. So, ich glaube, da ist es ein bisschen besser zu erkennen. Da auch die Einsaugöffnung komplett geschlossen. So muss das sein, Freunde. So, und ich muss unbedingt gucken, dass ich den sechs Streifen hier rausbekomme, weil jetzt habe ich es mal schön auf die Cam bekommen. Da ist er auch schon wieder. Da terrorisiert er mir die SPS. Seht ihr das? Ja, oben, wie angeschlagen. Der beißt oben immer in die obersten Polypen rein. Da beißt er mir immer rein, jeden Morgen. Ja, trotz Fütterung und alles. Also, da muss ich mir jetzt mal eine Lösung finden. So, die guten Stücke hier muss ich noch verbauen. Den muss ich mal ein schönes Plätzchen suchen. Ja, da ist der kleine Sack hier. Der kleine Sack. Und den kriege ich nicht rausgefangen, Freunde. Und das Schlimme ist, ich wollte ihn ja nachts fangen. Ja, also Lipfische, wisst ihr ja, fängt man immer nachts. Und, ähm, ja, das Ding ist halt eben, ich weiß nicht, wo er pennt. Ich habe bis jetzt seinen Schlafplatz noch nicht finden können. Hm, heute ist ja wieder Sonntag. Heißt, heute steht wieder Messen an. Um cleanen des SPS Reefs. Ihr wisst, einmal die Woche clean ich das unten am Boden. Hatte ich euch ja gerade schon in dem Video auch gezeigt. Was ich da schon wieder angesammelt habe, das ist schon echt eine krasse Nummer. Und, ähm, ja, ich werde auch heute mal gucken, mal ausprobieren. Und werde da, das habe ich gestern im Livestream schon erwähnt, ich werde es wirklich mal ausprobieren. Ich werde die Panther-Reihe mal ins SPS Reef machen, weil es ja eigentlich die optimale Pumpe für ein SPS Reef ist. Ähm, vielleicht habe ich dann halt auch ein bisschen mehr Strömung auf der Unterseite. Oder ich muss halt gucken, dass ich mir noch eine zweite Nero 3 reinpacke. Das wäre auch noch eine Maßnahme. Hm, ja, muss ich halt jetzt mal ausprobieren. Werde ich dann mal schauen. Werde ich euch aber dann auch dementsprechend natürlich aufnehmen. Ja, Freunde, was gab es ansonsten noch die Woche? Nicht wirklich viel. Es ist also jetzt nicht irgendwas Neues gekommen, was ich euch jetzt irgendwas bahnbrechendes, tolles Neues hier erzählen kann. Ähm, so ist es leider nicht. Ähm, was diese Woche definitiv gekommen ist, sind die Flugtickets. Ja, ihr hört richtig, Flugtickets. Denn ich bin wieder mal eingeladen worden. Und, ähm, das Ganze findet aber erst im November statt. Aber ich freue mich schon riesig. Bin auch schon sehr, sehr gespannt. Ich darf euch noch leider nichts darüber verraten. Aber, wie gesagt, gestern kam dann die endgültige Bestätigung. Hotel und, ähm, Flugtickets. Und, ja, da können wir auch auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Wird auch, denke ich, mal sehr interessant werden. Und ich werde auch halt jetzt schon überlegen, was ich dort vor Ort machen werde für euch. Ähm, weil, das wird, wie gesagt, eine sehr interessante Nummer werden. Und, ähm, da möchte ich auch ganz gerne für euch vielleicht noch mal ein zusätzliches Video dann drehen, wo man dann halt auch so ein, wo ich dann mal mit einem Hersteller einen Q&A führen werde. Und mir da mal so ein paar Sachen erklären lasse, wo ich selber auch halt das Interesse habe, um mal zu schauen, wie funktioniert das alles, wie ist das alles aufgebaut und, und, und. Ähm, da können wir auf jeden Fall wieder gespannt sein. Ja, ja, Freunde, ich werde mich heute mal wieder hinsetzen und werde noch versuchen, hier weiterzuschneiden. Ich habe echt so viel Material hier liegen, ey, und es ist halt echt mega aufwendig. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Ähm, ja, zwei Terabyte Material habe ich noch von Tunze. Also, da werde ich auf jeden Fall heute weitermachen, damit wir jetzt im Laufe der kommenden Woche halt wieder eine Sneak Peek zu sehen bekommen und halt auch eben den, ich weiß, ihr wartet da drauf schon brennend, den zweiten Teil, ähm, des Tunze-Besuchs wird auch, glaube ich, einen dritten geben. Ich bin beim zweiten mit dem Schnitt fast durch. Und ich habe immer noch so viel Material, wir sind immer noch nicht fertig, ähm, dass ich wahrscheinlich noch einen dritten Teil machen muss, um das halt eben für euch dementsprechend fertig zu machen. So, Freunde, ich werde mich heute mal ein bisschen ausruhen. Ist ja gestern wieder lang geworden. Wie gesagt, gerne hier oben nochmal nachschauen. Wer noch nicht gesehen hat, den Livestream kann sich gerne nochmal anschauen. Über drei Stunden, Freunde, ne, aber wie gesagt, ähm, viele von euch wünschen sich ja immer halt lange Videos, von daher wäre das optimal für euch. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hau mir jetzt erstmal den Kaffee in den Kopf und die gute Smoothie hier mit Spirulina-Algen und das gute Rührei. Und wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen netten Rest Sonntag. Bis dahin, euer Marc. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020